Musik 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 Der HC Einheiten Raren blickt auf eine mehr als 50-jährige Vereinsgeschichte zurück. Der Verein zählt heute über 350 Mitglieder, darunter mehr als 200 Jugendliche. Die Grundsteine für diese Zahlen wurden bereits in frühen Jahren gelegt. Der HC Einheiten feiert ja in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. In dieser Zeit ist natürlich vieles passiert und es gibt in einer Vereinsgeschichte immer ein Auf und Ab. Zunächst einmal sind wir ja als reine Jugendmannschaften gestartet und haben uns dann hochgearbeitet, wobei das Hocharbeiten anfangs wirklich ein Arbeiten war. Aber wir sind weitergegangen, wir haben immer kontinuierlich gut gearbeitet hier im Verein, wobei das Augenmerk immer wieder darauf war, mit Leuten von uns hier zu arbeiten. Der Höhepunkt war dann sicherlich um die Jahrtausendwende, als wir dreimal Landesmeister und danach Vizelandesmeister Pokalsieger wurden. Und ich glaube insgesamt haben wir etwas über 20 Europapokalspiele gemacht. Und ich denke mal, das ist schon natürlich das Highlight gewesen. Danach hat man auch teilweise aus finanziellen Gründen umstrukturieren müssen. Und auch das haben wir geschafft. Und ich glaube, wenn man heute den HC Einladen sieht, kann man sagen, dass er anders ist. Aber jeder Sportverein heutzutage muss sich verändern. Und wir sind schon stolz, das, was wir da im Moment haben. Das geht natürlich alles nur mit motiviertem Vorstand, mit motivierten Leuten als Trainer, mit nicht nur motivierten, sondern auch guten Leuten. Wir haben Eltern, die hinter uns stehen, wir haben motivierte Jugendliche. Wir haben auch gute Sponsoren und dankbare Sponsoren hinter uns, ohne die das heutzutage alles nicht mehr machbar wäre. Auch im Jugendbereich konnte bereits eine Vielzahl an Erfolgen gefeiert werden. In der Wallonie ist der HC Einladen beispielsweise der größte Verein für Mädchenhandball. Und in den vergangenen Jahren konnten immer wieder einige Talente der Einladner Jugend den Sprung in den Profibereich bis hin zur Nationalmannschaft schaffen. Die Jugendarbeit vom HC Einladen ist auch immer das Gerüst der ersten Mannschaft später geworden. Und die Jugendarbeit war immer die Grundlage für die Erfolge, die dann durch die Ergänzung mit auswärtigen Spielern gewährleistet und sichergestellt wurde. Natürlich hat der HC Einladen viel von Spielern wie Gerrit Stavaz oder Trainer wie Pim Riedbrook in der Vergangenheit profitiert. Spijek Krischkow ist eine Legende hier in dem Klub. Aber wir haben auch, glaube ich, viel immer davon profitiert, dass Spieler, die hier das Handballspielen gelernt haben, wie Max Jakobs, wie Christian Hagemann, die aus der eigenen Jugend stammen, das Gerüst dieses Gebildes immer ausgezeichnet haben. Und deswegen ist die Jugendarbeit ein unheimlich wichtiger Baustein und in meinen Augen das, woran der HC Einladen sich auch immer halten sollte, weil das hier in der Umgebung, wie ich finde, immer noch das größte Fund des Vereins ist. Die Entwicklung unserer Jugend ist uns immer sehr wichtig gewesen, weil das auch ein Grundstein ist, um überhaupt weiter im Seniorenbereich mithalten zu können. Denn nur auswärtige Spieler zu holen, ist einfach unmöglich. Das wollen wir auch nicht, das ist nicht unser Ziel. Also müssen wir unsere Jugendlichen so gut wie möglich ausbilden. Die Stärken des HC Einladen sind in meinen Augen dieser unglaubliche Zusammenhalt und die Nahbarkeit von Sportlern, Zuschauern, Unterstützern, Fans, die hier immer geherrscht hat. Im wahrsten Sinne des Wortes war das eine Handballfamilie. Wir sind mit Zuschauern und Fans zusammen zu Auswärtsspielen nach Island, nach Wien im Europapokal gereist und haben das als Familie immer wahrgenommen. Wir haben hier die dritte Halbzeit als Gemeinschaft bis in frühe Morgenstunden gefeiert. Der HC Einladen verfolgt eine klare Vision. Die Jugendarbeit soll weiterhin das Fundament des Vereins und der Seniorenmannschaften sein. Unsere jungen Talente sollen dabei gezielt gefördert und an den Seniorenbereich herangeführt werden. Auch in Zukunft ist es das Ziel, die Mannschaften der höchsten Seniorenklassen mit unseren Eigengewächsen aufzustellen und um Titel mitzukämpfen. Der Verein soll dabei stetig wachsen und weiterhin jedem Handballinteressierten attraktive Spiele in einer einzigartigen und familiären Atmosphäre bieten können. Der Unterschied vom HC Einladen zu anderen Klubs, in denen ich gearbeitet habe und die ich jetzt im Laufe der Zeit kennengelernt habe, ist eine unglaubliche Menschlichkeit, die in dem Verein herrscht. Rückblickend auf meine Erfahrung mit dem Club, muss ich sagen, dass hier eine Herzlichkeit gegenüber Leuten, die aus anderen Ländern, aus anderen Städten hier hingekommen sind, eine unglaubliche Gastfreundlichkeit und insofern ein einzigartiges Flair, was ich in meiner Handballkarriere erlebt habe. Insofern ein Verein mit einem besonderen Charakter. Sei auch du Teil dieser riesengroßen Handballfamilie. Untertitelung von der SWR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020